Hallo und einen schönen guten Tag. Allen, die mich bisher noch nicht kennen, möchte ich mich gerne erst einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Petra Driesch, ich bin 1970 geboren, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, einen Sohn im Teenageralter und seine vier Jahre jüngere Schwester. Ich bin Heilpraktikerin und Vitalcoach und seit 2005 beschäftige ich mich intensiv mit ganzheitlicher Gesundheitsförderung und Vitalitätssteigerung. Und darum geht es natürlich auch in meinen Videobeiträgen. Darum, wie ihr eure Gesundheit fördern und eure Vitalität steigern könnt. Und das eigentlich recht einfach und vor allem effektiv. Mein Motto, lebe dich gesund, ist nicht einfach nur so ein Slogan. Es ist das Vitalisierungskonzept. In meinen Beiträgen erfahrt ihr, wie ihr genau das, nämlich euch gesund leben, umsetzen könnt. Also schaut einfach mal rein. Ich habe einige wissenswerte Infos für euch mit wertvollen Ratschlägen und praktischen Tipps, wie ihr Gesundheitsförderung tatsächlich leben könnt. Und zwar erfolgreich und ganz wichtig, unkompliziert und mit Spaß. Denn nur wenn ihr Freude an dem habt, was ihr tut, könnt ihr es dauerhaft in euer Leben integrieren. Und nur so könnt ihr nachhaltig eure Gesundheit und euer Wohlbefinden positiv beeinflussen. Vielleicht konnte ich ja eure Neugierde wecken und ihr habt Lust auf mehr bekommen? Dann bleibt einfach dran, abonniert meinen Kanal und schaut euch direkt einen meiner Videobeiträge im Internet an. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, euch rund ums Gesundleben zu informieren und euch mit Rat und Tat zu begleiten. In diesem Sinne, lebe dich gesund. Bis zum nächsten Mal.